Bis 24. August lösbare Aufgaben in der Vorrunde erwischt Die Mannschaft von DFB-Trainerin Maren Maynard trifft in der Gruppe D auf Haiti, China und Nigeria. Das ergab Auslosung am Donnerstag in der Oper in Rennes. Erster Gegner ist am 6. August in St. Malo Nigeria. Drei Tage später steht Begegnung gegen China erneut im Stade der Marvel an. Zum Abschluss der Vorrunde geht es am 13. August in Wannes gegen Haiti. Die ersten beiden Mannschaften der vier Vierergruppen ziehen ins Viertelfinale ein. Die Auswahl des Deutschen Fußballbundes DFB war als Gruppenkopf neben Gastgeber Frankreich, Titelverteidiger Nordkorea und dem WM Dritten Japan gesetzt. Die WM-Gruppen im Überblick Gruppe A, Frankreich, Ghana, Neuseeland, Niederlande Gruppe B, Nordkorea, England, Mexiko, Brasilien Gruppe C, USA, Japan, Paraguay, Spanien Gruppe D, Haiti, China, Nigeria, Deutschland. Bis zum nächsten Mal.